Reinhard, es hat ein Weilchen gedauert, bis das zum Spitzenspiel wurde, was man erwartet hat. Was meinst du? Ich glaube, wir sind relativ schwer ins Spiel gekommen. Wir haben 20 Minuten gebraucht, um richtig in die Zweikämpfe zu finden. Wir haben dann aber die Räume besser belaufen und sind auch enger am Gegner gewesen. Ab der 20. Minute haben wir das Spiel dann dominiert. Das Spitzenspiel war sicherlich von der Spannung her. Vielleicht hat ein bisschen die spielerische Klasse gefehlt, aber in so einem Spiel geht es darum, wer mehr Zweikämpfe gewinnt und wer den Sieg mehr will. Ich bin der Meinung, dass wir heute den Sieg mehr wollten als heute. Was war der Schlüssel zum Sieg? Der Wille? Ja, der Wille und die positive Zweikampfbilanz, glaube ich. Also wir sind ab der 20. Minute eigentlich über die Zweikämpfe ins Spiel gekommen und haben so dann auch das Spiel bestimmt und den Gegner fern gehalten von unserem Tor. Du hast ja mit deinem schönen Freistoßtor die Tore eingeleitet. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich wollte den Ball einfach scharf auf einen langen Pfosten ziehen. Bis dann an die Unterkante der Latte, an den Innenpfosten und ob er dann auf die Linie oder hinter die Linie gesprungen ist, habe ich gar nicht richtig gesehen von meiner Position. Aber ich bin froh, dass der Schiris das Tor gegeben hat und verdient er Sieg. Die Ulmer waren heute ziemlich angefressen nach dem Spiel, haben sich über unfaire Sachen von euch beklagt. Was meinst du dazu? Ja, ich denke das ist ganz normal. Also wenn Ulm geführt hätte, hätten sie sicher auch das ein oder andere Mal auf Zeit gespielt und das ist ganz normal. Auf der anderen Seite ist das Verhalten von einigen Spieler vom SSV Ulm dann hinten raus diskutabel gewesen, finde ich. Also da hätte schon die ein oder andere rote Karte für einen der Ulmer, hätte der Schiri eine Karte ziehen können, meiner Meinung nach. Wie hast du die Elfmeter gesehen? Ich denke man kann beide geben. Den ersten muss man, denke ich, geben, weil er am Spieler vorbei ist. Den zweiten kann man geben und ist okay. Also muss man nicht darüber diskutieren, denke ich. Für euch geht es jetzt weiter im Doppelpack kommende Woche. Zuerst gegen den Pokal, im Pokal gegen Neckar-Elz und dann in der Oberliga BW weiter gegen KSC. Was wären das für Spiele? Ja, es werden beides schwere Spiele. Gegen Neckar-Elz spielen wir hier zu Hause und wir sind eine Pokal-Mannschaft. Wir haben in den letzten Jahren immer gezeigt, dass wir im Pokal zum richtigen Zeit topfit sind. Und es war heute ein kräftezehrendes Spiel. Aber ich denke, bis Mittwoch haben wir regeneriert und sind dann wieder auf dem Punkt da. Und zum Spiel am Sonntag, da wird uns Ähnliches erwarten wie heute. KSC ist eine spielstarke Mannschaft und wird uns auch nichts schenken. Aber wir nehmen den Rückenwind mit von heute und versuchen im nächsten Punktspiel wieder drei Punkte zu holen. Reinhard, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke auch. Keisy風-Pay Geschwindig Die Kune Werben Werben Untertitelung des ZDF, 2020